Hi. Willkommen zu Schach. Aber es ist nicht einfach irgendeine Form von Schach. Jan, wollen wir erläutern? Nein. Dann lass es uns zeigen. Okay. Es ist FPS-Schach. Es ist selbsterklärend. Wir bekämpfen uns gegenseitig. Indem wir, wenn wir eine Figur schlagen würden, stattdessen in ein PvP-Match gesetzt werden. Wer bist du? Welcher bist du? Der andere. Ja. Das ist so dumm, Alter. Ich liebe es. Ich liebe es sowas von. Ja. Oh, die Stücken hängen auch noch rum. Okay. Hä? Weißt du was? Ich geh mit dem einfach weiter. Jetzt nicht mehr. Achte auf den hinter dir. Das ist nicht fair. Doch, das ist fair. Du hast genau dieselben Fähigkeiten wie ich. Das ist nicht fair. Ich weiß nicht mehr, ob das funktioniert, wenn ich drücke. Dann spams. Und dann siehst du es, wenn da so ein anderer Dude neben dir ist. Okay. Ich habe das Gefühl, dass das hier schwieriger sein könnte. Und denk dran, dass du auch Bullets blocken kannst scheinbar. Ich steck fest. Ja. Das ist meine Chance. Okay. 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 Ich habe schon. Nein. Wie viel Leben hattest du noch? Ich habe keine Ahnung, mein gesamter Screen ist zerstört. Ich war so kurz davor. Ich war so kurz davor. Ja, da warst du. Ah. Okay. Ich mache meine Bauern erst alle. Machen Headshots eigentlich tatsächlich mehr in dem Spiel, oder? Oder? Die zeigen mich auf jeden Fall rot an. Oh Gott. Ja, die machen mehr Damage. Gut, alles klar. Ich hoffe, wir sollten das Bullet-Blocken mehr benutzen. Gut. Tu nicht so, als würde ich das jemals tun. Das ist fair. Und du bist dran. Ist mir klar. So tätige deinen Zug. Was genau will ich erreichen? Ich weiß es noch nicht. Aber den nehme ich. Oh, ich treffe nicht. Oh, das ist ja nur ein zweiter. Fuck. Wait, ich kann regenerieren. Ja. Aua. Wait, warum wird mein Leben wieder... Ich habe absolut keine Ahnung, was mit dem Leben los ist. Du hast geschummelt. Du hast geschummelt. Ich meine, guck mal, jetzt geht's wieder zurück gleich. Siehste? Was war das? Keine Ahnung, aber du hast geschummelt. Warum habe ich geschummelt? Darum. Das... Da stimme ich aber nicht zu. Ja. Ist mir klar. Ja. Yo. Oh, damn! Ist der gut. Ja. Holy shit. Du hättest mich wahrscheinlich sogar one-hitten können, alter. Ja, ich habe den anderen sogar one-hitted. Holy fuck. Wie soll das funktionieren? Okay, der Knight scheint sehr stark. Komm, lass den mal ausprobieren. Okay. Queen gegen Bishop. Oh. Okay. Gut. Ähm. Das lief jetzt nicht so gut. Du bist einfach geflogen, alter. Ja. Ja. Ja, kein Bock. Ja, kein Bock mehr. Tschüss. Oh so. Oh, kompakt. Das andere Pferd. Da unten. Wo bist du? Macht's eh. Ja! Fuck. Oh, das Pferd ist wirklich gut. Das macht Spaß. Ja! One Hit macht Spaß, ja, klar. Das ist nicht Isaac, Bruder. Das zählt nicht. Mir macht es Spaß, okay. Dein Spaß ist auch nicht cool. Okay, wenn du meinst. Finde heraus, was der Group macht. Ja, der ist ein Tank, glaube ich, gewesen. Nein, ich habe absolut keiner mehr, was ich gemacht. Das hat total Sinn gemacht. Oh, du hast so ein Mega Dash. Ich weiß, dass du auch noch eine Wand richten konntest. Ja. War das ein One Shot? Ja. Oh, du hast einen Sniper. Oh. Okay, gut. Alles klar. Ich glaube, ich mag den, äh, Rook. Bist du bereit? Yeah. Rook gegen Rook. Herr Woll, lass das anders machen. Äh, wir müssen beide auf hochgelegene Orte. Äh, wir können auf die Kronleuchter. Da komm ich nicht hin. Oh, shit. Nein, auf zwei verschiedene hochgelegene Orte. Äh, ich glaube nicht, dass es da wirklich viel gibt, bis auf die Lampen. Ich nehme den Schrank. Ich nehme den Kronleuchter. Ist wahrscheinlich eine absolut schreckliche Idee. Warte, ich muss auch erst mal auf den Schrank hoch. Ja, das ist, äh, Zeit. Hier ist ein Papierflieger. Warte. Warte. Hier oben auf dem Schrank. Gibt es Lock? Nein. Was? Was? Guck mich an. Ich weiß nicht, wovon fick du bist. Oh. Hey. Hey. Das ist ein hochgelegener Ort. Fucking Bastard. Ich wollte ihm noch was cooles zeigen. Und dann töte er mich einfach. Hast du gesehen, wie cool das war? Darf ich dir einmal was zeigen? Zeig's mir. Los. Scheiß zeig ich dir jetzt. Dein Lieblingsspielzug nehm ich dir weg. Spielzugzug hast du mich durch die Wand getroffen, alter. Was für durch die Wand? Wie funktioniert die Wand? Du hast... Du hast... Du hast gar keine Wand aufgebaut. Ja, ich hab's gesehen. Aber ich hab ne Wand aufgebaut, also... Hm. Tja. Ob ich das jetzt glauben will. Ist ja einfach so. Ich hab... Ich hab bei mir einfach ne Wand aufge... Was hab ich in der Hand hier, alter? Ja. Okay. Wo bist du? Äh, ich bin oben. Das möchte ich dir nicht glauben. Und wo kriegst du? Das musst du gleich sehen. Was? Nicht oben. Der Typ war übrigens da auf meinem Screen. Ja, das ist mir klar. So. Na los, Jan. Das wäre dein nächstes Ziel. Was willst du meine Dame? Vielleicht. Warte. Soll ich dir mal zeigen, was die Ability war? Wow. Minigun ist scheinbar besser als Shotgun. Selbst Close Combat. Das hat einfach dein Ehemann genommen. Und nach mir geworfen. Oh, seriously? Oh Gott. Was ist das für ne Logic? Was ist das für ne Logic? Was zum Fick ist das für ne Logic? Ganz normale, hä? Ja, aber ne, dann kriegt man das wenig Sinn. Wow, wow, wow. Ich fliege. Ja. Ja. Okay, wo bist du? Ah. Ja. Nein. Ja, flieg nochmal auf mich zu. Los. Warum ist der Bishop so scheiße? Ich mache gar keinen Schaden. Ich habe das an die Usefulness in Schach angelehnt. Nein? Sicher? Ja. Na dann. Sehr sicher. Ja. Ja. Ich habe ziemlich, ziemlich selten wirklich Useful den ganz... Moment, was zum Fick ist das? Du hast ein Breitschwert. Sekunde. Ah. Ah. Ey, yo, what? Was? Wo bist du? Oh, ich bin noch oben. Kannst, kannst du mal hochkommen? Äh, ja, ich bin, ich bin bei. Ich bin da. Da oben. What the fuck? Okay. Ich glaube, ich habe den King unterschätzt. Ja. Ja, hast du. Scheiße. Ja! Als ob... Warte, warte, die Killcam. Ja. Du hast mit deinem Hand getroffen, Schombler. Oh, warum liegt deine Figur noch da? Das ist eine gute Frage. Okay, eine Rolle noch und dann. Dann sind wir fertig mit Video, oder? Ja. Gut. Oh, ich mag das Spiel sehr. Ich mag es auch ein bisschen sehr. Alter. Es ist super. Ich treffe gar nichts, Alter. Aber direkt am Anfang verloren. Okay. Wäre schon mal gut. Okay. Ja. Und schau, wogegen du verloren hast, Alter. Nein. Das ist gegen einen Profi wie mich verloren, Alter. So. Ich spiele meine schlechteste Figur. Sehr gut. Ja. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Warum hat meine Figur sich gedreht? Gute Frage. Gute Frage. Oh Gott. Ah, da bist du ja. 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 Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, das willst du jetzt zu mir sagen. Alter, guck wie viel... So kurz? Ja. Wäre ich dir hinterher gelaufen, Junge. Das war ich so panisch. Das war ich so panisch. So. Das wird absolut schief laufen. Jetzt kann ich auch mal mit dem Ritter spielen. Ah. Ja. Wie knapp war das? Ach, halbwegs knapp. Dieser fucking Glide. Der ist so scheiße. Ich weiß. Was für knapp, Alter. Das war... Das war One-Hit-KO, Junge. Ne, davon gucke ich jetzt auf Discord. Oh Gott. Buf. Gar nicht, Salti. Ach komm schon. Fick dich, ich versuche irgendwie hochzukommen. Nein, das wird nichts. Äh. Wo bist du? Keine Ahnung. Find mich. Das gefällt mir nicht an. Das gefällt mir nicht an. Ähm. Ja. Das ist buggy. Ich verstehe. Ich verstehe. Oh Gott. Hey. Ja. Fick dich. Ich komm da jetzt hoch, Alter. Ich hab absolut keine Ahnung, wo du hin bist. Alter, ist ja auch nervig. Same. Same. Keine Ahnung, wo du das... Welche Musik kaputt machen. Ja. 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 Ich hab so knapp an dir vorbeigeschossen, Junge. Das war ein nices Match. Oh, wir haben gefühlt in dem einen Kampf so viel mehr Zeit verbracht als im letzten Match. Du hast echt schon jeder durch die Steine getroffen. Durch die Wand. Das ist eine fucking Shotgun. Ein Blunderbuss. Du hast mich durch die Wand getroffen. Scheiß hab ich. Geschummelt hast du. Du bist. Ich mein, du sagst es so, als wenn ich dich vorhin beim King Kill durch die Wand getroffen hätte. Hast du? Nein. Doch. Nein. Ich hab abgeschossen beim Runterfallen. So, als ob der Pfeil Instantaneous auftauchen würde, oder was? Ja, klar. Oh, der Schrei. Kann ich den bitte in der Kill kann hören? Oh nein, du kannst es wiederum nachher angucken. Okay. Okay. Queen gegen Queen? Nee. Kriegst du nicht hin. Queen gegen Born. Nein. Nein. Aua indeed. Wo ist der Pfeil herkommen? Das ist eine gute Frage. Wirklich Angst. Ich hatte mal jetzt dann wirklich Angst um mein Leben. Queen gegen Queen. Wo zum Fick ist dein King hin? Das ist eine gute Frage. Wo ist mein King hin? Ah. Oh, er ist unsichtbar. Holy shit, ist der stark. Ich habe einfach nur null Ahnung, wie die zweite Fähigkeit funktioniert. Achso, ja, E ist halt einfach nur Achso, bei Queen jetzt oder bei King? Bei King. Ich glaube, das ist... Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist ein Beyblade oder so. Oh Gott, du ziehst mich zu dir. Ja! Ja! Ja, hast du mich so schnell getötet, Junge. Nee, return to main menu, Fick dich. Warum bist du so salty dabei? Fick dich. Hey, nur weil ich einmal was in dem Shooter kann. Mann. Willst du denn nicht so seine Abmoderation machen? Fick. Dich. Und guck Isaac. Genau, fick dich und guck Isaac. Nee. Liken, kommentieren, abonniere, vloggen wir mit John Isaac. Vielleicht fick ich euch. Weiß nicht. Oh, das Spiel ist wundervoll. Ja.